Ja, ich bin Anneliese Hade, ich komme hier in Lien, ich habe vor ungefähr 40 Jahren auf dem Hof in den Herraut und in der Düsseldorf hören auch zwei Hürhüse. Aber ich weiß das bloß noch ganz gern, dass von einem Hürhaus eine Tonne Arbeiten in die Ernte kam, wenn da eine Masse zu dorn war. Ansonsten würden die Arbeiten wie Dickehof hier im Zementwerk und die sind dann auch nachher üttrocken und in Durk trocken. Welche Regionen waren das in der Hürhüse? Wir hätten Sessen, ne, wann haben wir denn geheiratet? Sessen 70 habe ich hier raus und da würde das nur so ein, zwei, drei Jahre und dann war es das auch für 50 Jahre. Ja, ja, ja. Und dann eine andere Sache, mein Vater, die haben Vorfahren, die sind auch in der Hürhüse und das war es auch für 1850 Jahre, weil da sind ganz voll gut wandelt, auch in die USA und auch mit dem Werbe nach Südafrika und auch nach Holland. Und so alle nachfahren haben wir noch ein bisschen Kontakt und das Interessante ist, mit dem Ud Holland, der nach Holland gegangen ist, ist er da erst Wien und dann ist er da blieb und er hat hier auch und er hat in Südwesten jahr, also sieben Brühe hier ein Hof, er hat sich was gekauft, ne, er hat sich Südwesten nicht maget und er hat dann auch ein Burdenhof, er hat und ich habe auch Bilder davon. Also in Südwesten jahr hat zwei Brühe sich was, eine eigene Landwirtschaft gebaut und er hat natürlich volle Arbeit hat, ne. Ja, aber Erfolg. Ja. Ja, das ist es, ja, prima.